Wirklich überrascht musste man nicht sein, denn der Kursverlauf, der lud nun wirklich ein für die Long-Seite. Es gab viele Indikationen, die dafür sprachen. Gestern zum Zeitpunkt des Videos sah die Bewegung noch in etwa so aus und wir haben gesagt, wenn es dann irgendwann mal das Ende, also wo das auch immer stattfindet, aber das Ende stattfindet, dann die Korrektur irgendwie korrektiv, also wackelig nach unten geht, entweder mit einem Umkehrsignal oder eben zwischenhoch schneidet oder auf einer kleineren Ebene zwischenhoch schneidet, dann ist das ein klassisches Einstiegssignal. So, das war die Idee, die dahinter steckte. Jetzt gucken wir mal, was der Markt gemacht hat, damit sich das Auge ein bisschen dran gewöhnt. Wir haben eine Abwärtsbewegung bekommen, die tatsächlich ja nun alles andere als nicht oder alles andere als impulsiv nach unten geht und dementsprechend beste Voraussetzung eigentlich, das messen wir nochmal, wenn der Kurs hinreichend weit nach unten gegangen ist, idealerweise irgendwo in diese Zone dort dann irgendwas triggert, also irgendein Zwischenhoch triggert. Das war zunächst das. Später ist es noch mal tiefer gegangen, da war das ein möglicher Trigger oder dass man sagt, Mensch, wir haben hier sowas wie ein Umkehrsignal, möglicherweise ein Hammer, dann sind das Möglichkeiten, um in den Markt reinzukommen. In der hoffnungsvollen Erwartung, dass der Kurs anschließend ähnlich weit geht, wie das im vorderen Teil zu sehen war und wir können uns das auch noch mal so halbwegs anzeigen. Wir sind ja noch nicht ganz so weit. So in der Richtung messen wir in die Zukunft und ein Klassiker ist, dass wir was ähnliches zu erwarten haben. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, das kann ein bisschen schneller gehen, aber etwas ähnliches wie das, was wir vorne haben. Wenn ihr jetzt sagt, na Rüdiger, das ist aber billig, jetzt uns den Chart zu zeigen, wie er im Nachhinein rausgekommen ist, keine Sorge, das werden wir gleich an einer anderen Stelle noch sehr gut gebrauchen können. Es gibt nämlich gleich noch eine Trading-Idee, die uns noch bevorstehen sollte, dürfte, könnte. Na gut, das gucken wir uns gleich an. Noch bleiben wir beim S&P 500. Hier der Future-Kontrakt auf den Marktbreitenindex aus den USA. Wir sehen, wir sind noch nicht ganz bis zur 100er-Marke gelaufen, aber ich sage mal, spätestens jetzt ist man sich darüber im Klaren. Naja, also das ist mehr oder weniger die Bewegung. Einstiegsmöglichkeiten, wie immer diese Zwischenhochs, also das ist eine Möglichkeit. Oder wenn es unten eine Umkehrkerze gibt, dann sind das deutliche Zeichen dafür, dass man da die Long-Richtung fahren kann. So, also wie weit geht es denn noch? Naja, Mindestziel ist erst noch ein bisschen höher und ist nicht mehr so arg weit entfernt. Beim Future sind das noch gut und gerne 15 Punkte, wie viel ist es? 10 Punkte in etwa. Also das Gro haben wir gesehen, zumindest mal der Bewegung. Es gibt allerdings noch nicht zwingend einen Grund, warum das Ganze hier jetzt enden soll. Also für alle diejenigen, die heute Nachmittag noch aktiv werden wollen, vielleicht schon drin sind, ich würde noch nicht zwingend die Position glattstellen. Aber mal nachdenken, ob man vielleicht den Stopp ein bisschen hinterher zieht. Dafür kann man Supertrend Parabolik nehmen. Der ist mir im 5 Minuten Chart einfach zu eng. Ihr seht das. Hier vorne war der schon eng. Das ist mir zu eng, ehrlich gesagt. Und ihr seht, auch hier hinten wäre man damit nicht so glücklich gewesen. Das ist im Nachhinein immer relativ schwierig, aber ich mache es mal so. Wenn ihr hier unten einsteigt und euch dann überlegt, ist das eine gute Stopp-Idee? Dann könnt ihr immer gucken, ihr erwartet doch etwas ähnliches wie diese Bewegung. War der Stopp, den ihr jetzt hier vor euch ausgesucht habt, war der hier vorne gut oder nicht gut? Und dann werdet ihr sagen, der war eigentlich zu eng, oder der hat uns ja bei jedem Kleinen hier rausgenommen. Dann müsst ihr entweder die Parameter ändern oder wie wir das machen, wir sind ein bisschen faul, was die Parameter angeht. In der Regel ändern wir die Zeiteinheit. Zum Beispiel wechseln wir auf den 15 Minuten Chart oder also eben einfach ein oder zwei Zeitebenen höher gehen. Und dann sehen wir schon, besser. Immer noch nicht perfekt. Zumindest meine ich, wenn wir die gesamte Bewegung haben wollen, aber immerhin schon besser. So, dann gibt es noch die Variante, den Supertrend zu nehmen. Wir nehmen häufig den Supertrend am Anfang der Bewegung. Und das habt ihr vielleicht schon irgendwo gesehen, dass wir so ab einer 70er Marke, wir sagen dann bis zur 70er Marke, den Supertrend. Und ab der 70er Marke nehmen wir den engeren aus Parabolik und Supertrend, was in dem Fall zumindest mal ab diesem Zeitpunkt mehr oder wie, also hier war dann der Bruch dieser 70er Marke beispielsweise. Noch ist der grüne, das ist der Supertrend höher und irgendwann kommt der Parabolik und überholt den und dann nach Parabolik-Methoden. Das ist nur eine Variante, die man nehmen kann. Immer noch ganz schön eng. Wir sehen das hier in dem vorderen Teil. Man kann dann eben sagen, okay, ich nehme dann vielleicht auf 30 Minuten Basis, gucke mal, ob mir das besser gefällt. Das ist häufig bei den Charts, die halbnachts, halbtags überlaufen, ein bisschen schwierig, weil häufig dann in diesen Nachtphasen es dann seitwärts geht. Das ist bei Aktien, die jetzt also quasi nur eine fixe Handelszeit haben, immer ein bisschen einfacher. Also da müsst ihr dran denken. Wenn ihr aber sowieso am Ende des Tages schließen wollt, um kein Overnight-Risiko zu haben beispielsweise oder kein Wochenendrisiko oder sowas, dann ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber denkt immer dran, das, was ihr vorne habt, muss ja hinten auch so halbwegs hinhauen. Guckt, welche Bewegung erwartet ihr? Irgendwie so ähnlich wie die, so ähnlich wie die, auch so ähnlich wie die Abwärtsbewegung hier. In allen Phasen waren eigentlich diese Stopp-Methoden relativ gut. Parabolik manchmal kritisch eng. Der Supertrend zumindest mal am Anfang erst noch mal besser. Deshalb nehmen wir häufig den Supertrend am Anfang. Da wollen wir ihn noch nicht abwürgen. Aber je dichter wir auf das Ziel zulaufen, das Mögliche, desto eher sagen wir ja, dann schließen wir notfalls auch und dann soll er halt rausgehen. Wer natürlich übergeordnet bullisch ist, der muss sich an diese Logik überhaupt nicht halten. Der kann natürlich sagen, Rüdiger, ich bleibe da einfach tapfer drin. Das ist auch völlig in Ordnung. Achtet dann allerdings darauf, wie die Gegenbewegungen sind. Solange Gegenbewegungen korrektiv sind, ist alles eh erst mal safe. Das ist die zweite Variante. Wenn wir nicht diese Punkte zum Nachziehen verwenden, dann gucken wir, dass wir nach Pattern, also nach diesen Verhaltensmustern nachziehen. Solange die korrektiv sind, alles safe, dann könnt ihr dann immer auf diese entsprechenden Zwischentiefs bzw. da drunter dann nachziehen, um es zu vereinfachen. Sowas in der Richtung. Ihr solltet nur aufpassen, wenn der Markt mal das macht und das. Ist das nicht ein Zeichen, dass es um 1000 Punkte nach unten geht, aber wenn er das triggert, ist die Erwartungshaltung, dass er zumindest noch mal das macht. Wenn euch das stört, dann solltet ihr überlegen, an der Stelle mindestens die Longposition zu schließen oder vielleicht sogar einen aktiven Short reinzusetzen. Wenn ihr sagt, so ein Rücksetzer bis dahin finde ich gar nicht schlimm, dann ist das natürlich kein Drama. Könnt ihr natürlich die Position halten. Allerdings müsst ihr euch dann die Frage stellen, was ist das für ein super Trend, wenn der, also nicht ein super Trend Indikator, sondern für ein hervorragender Trend, wenn der Markt dauernd diese Überschneidungen da eben hat. Also da muss man eben überlegen, ob man das aussitzen will, ob man das Risiko eingeht oder eben nicht. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, ob er die kleineren, die größeren Bilder fährt, wie auch immer. Aber so habt ihr eine Idee, wie ihr das Chartbild nutzen könnt, um zumindest mal die Chance auf eine Verbesserung der Aussage jenseits von keine Ahnung. Ja, ich rede nicht davon, dass wir danach genau wissen, was passiert. Aber wir erhöhen die Chancen, dass wir besser verstehen, was der Markt macht. Also auch dieses Verhaltensmuster ist nicht immer wunderschön und geht genauso auf. Allerdings haben wir den Vorteil, dass wir halt relativ viel gewinnen bei relativ wenig Risiko und es halt doch relativ häufig klappt. Und diese Kombination ist aus meiner Sicht attraktiv genug, um das für den Handel umzusetzen. Also im Moment alles weiterhin erst mal auf Bullish. Korrektive Rücksetzer sind herzlich willkommen. Wenn er gar nicht zurücksetzt, natürlich auch. Korrektive Rücksetzer könnten eben Positionserweiterungen dann eben noch mal mit sich bringen. Ist das bei allen Märkten immer exakt gleich? Ne, wir gucken mal jetzt. Das ist jetzt hier das, was wir beim S&P haben. Ich mache es hier noch mal groß im Halbstundenschart. Und jetzt wechsle ich auf den Nasdaq. Das Bild ist nahezu identisch. Allerdings müssen wir noch mal gucken. Nasdaq, messen wir noch mal nach. Wie weit war der runter? Und doch alles safe. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Auch hier hatten wir so eine Überlegung. Vielleicht hier die vierte und die fünfte noch hinten dran. Das war das, worüber wir gestern Abend noch mal gesprochen haben. Oder ist das vielleicht schon die Korrektur hier insgesamt, also eine Seitwärtskorrektur? Das macht es ein bisschen schwieriger. Natürlich war jetzt im Nachhinein hier auch ein guter Einstiegspunkt. Allerdings ist der für mich nicht so attraktiv wie beim S&P, weil das Bild zweideutig oder mehrdeutig ist. Und da habe ich immer ein bisschen mehr Sorge. Trotz alledem, Überschneidungen gab es ja auch. Also das sah ebenfalls korrektiv aus. Insofern, wer jetzt unbedingt das lieber beim Nasdaq handeln wollte, konnte man das auch machen. Ich wähle aber klassischerweise, wenn ich ein besseres und ein schlechteres Bild habe, lieber das bessere. Habe ich zwei gleich gute, mache ich sogar beide Trades. Wenn ich dann sage, gut, vielleicht gehen beide ins Ziel, hervorragend. Vielleicht geht auch einer ein bisschen in die richtige Richtung, der andere wird ausgestoppt. Aber ich habe dann nicht mehr ganz so hohes Einzelrisiko. Die Trades sind zwar ähnlich, aber nie exakt gleich. Also ein bisschen Diversifikation hat man. Nicht sehr viel, aber immerhin ein bisschen. So, also das war hier ein bisschen vielleicht schwieriger aufgrund dieser Situation. Gucken wir uns noch mal den Dow Jones an. Das ist jetzt der Dow Jones Future. Der sah an sich ähnlich aus. Ah, der war das hier mit dem Rücksetzer. Nämlich nochmal, also Rücksetzer auch hier. Das war der Anstieg, das was wir besprochen haben. Allerdings hat er die 78,6er durchstoßen. Und das ist für mich immer das Killer Argument. Wenn er da durchgeht, dann gehe ich da nicht mehr long. Dann würde ich long gehen, wenn er hier jetzt sowas macht. Das ist aber zumindest hier im Halbstunden Chart und auch auf kleinerer Ebene nicht gut sichtbar gewesen, weil er fast nur nach oben geschossen ist. Also insofern, das hier ist dann ein Trade, der per se genau das Gleiche widerspiegelt. Auch hier mit den Korrekturen und dann der Erwartungshaltung nochmal hoch zu gehen. Aber wenn er so tief ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass genau sowas passiert. Aber ihr seht schon, aber es macht es offensichtlich nicht unmöglich. Aber wenn ich einen anderen habe, wie den S&P, Nasdaq auch noch, die da, was das angeht, eben ein deutlicheres Bild haben. Also noch klassischer diesen Anstieg hier haben. Diese Korrektur sehr klassisch mit den Gegenbewegungen ähnlich groß und überschneidend. Der Rücksetzer in die Zone rein. Dann eben ganz grob gesehen das, was wir vorne haben, quasi hinten in etwa nochmal. Also das ist die Grundidee. Warum zeige ich euch das jetzt so ausgiebig? Erstens sollt ihr ein bisschen was mitnehmen aus den Videos und es gibt nämlich noch einen Kollegen, den sollten wir uns auf jeden Fall angucken, der nämlich das Ganze vielleicht jetzt noch vor sich hat. Das wäre ja schön, wenn wir nicht immer nur im Nachhinein uns Trades angucken, sondern auch im Vorhinein. Gut, hier haben wir gestern drüber gesprochen. Wer es sich angeguckt hat, der verpasst das natürlich nicht. Der hat das selber gesehen und vielleicht auch dann umgesetzt oder zumindest nachempfunden. Ihr müsst das ja nicht umsetzen. Ist ja eure Entscheidung, was ihr damit macht, aber zumindest, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, okay, hier zeichnet sich das Bild in diese Richtung ab. Und jetzt kommen wir auf den DAX Future in dem Fall. Und da hatten wir ja drüber gesprochen, dass wir hier die Abwärtsbewegung ganz klar eben korrektiv haben. Hier waren wir noch nicht so ganz sicher, ob wir vielleicht hier schon, ich drehe mal ein bisschen die Zeit zurück, ob wir hier vielleicht schon irgendwie so einen Rücksetzer hier noch kriegen, womit wir dann nach oben gehen können. Aber wir haben, merkt euch mal diese Stelle, da auch nicht wirklich was schönes Triggerwirksames gefunden. Im Gegenteil, es ging noch wackelig hoch und deshalb war es hervorragend, dass wir noch mal tiefer gegangen sind. Ich mag das, dass er da noch mal einmal tiefer geht, denn dann haben wir einen neuen Versuch mit steil nach oben vor uns. Also wenn ich feststelle, dass ich hier vorne eigentlich irgendwie was will, aber er es einfach nicht gebacken kriegt, dann ist das Schönste eigentlich, was passieren kann. Also theoretisch würde ich ja gucken, hier hat er noch mal Schub runter, wackelig hoch. Also es ging dann noch eher die Abwärtsseite. Hier hätte ich jetzt gesagt, na gut, an sich, wenn er da jetzt drüber geht, hätte man vielleicht auch schon long gehen können. Aber er hat erst das Ganze nach unten aufgelöst. Und damit haben wir jetzt folgende Situation. Wir kriegen einen neuen Anstieg, wenn der ordentlich scharf aussieht mit einer Korrektur, kriege ich die neue Möglichkeit einzusteigen. Eine andere Variante ist natürlich, wieso? Das ist korrektiv. Das ist das letzte Zwischenhoch. Wieso letzte Zwischenhoch? Das ist das Tief. Das Tief davor. Das letzte Zwischenhoch, was wir hatten. Das kann man als ein Einstiegstrigger nehmen. Allerdings achtet darauf, ob das die erste Korrektur ist. Und in diesem längeren Anstiegsniveau würde ich fast eher sagen, dass es fast eher die vierte Welle ist. So sieht es zumindest mal aus. Also das Pendant zu dieser Bewegung möglicherweise. Habe ich den Eindruck, vielleicht liege ich da auch falsch, aber im Moment würde ich das mal fast eher von der Größenordnung so zuordnen, dass das in etwa so der Fall ist. Und das heißt, ich kann jetzt nicht mehr sagen, das was wir vorne haben, hinten nochmal. Warum nicht? Weil dieses vorne und hinten nochmal gilt nur, wenn das die erste Welle ist, dass die zweite Welle ist für diese dritte Welle. Aber jetzt haben wir gerade schon gesagt, es sieht so eher danach aus, als ob das eins, zwei, vielleicht drei, vier ist. Zumindest müssen wir damit rechnen. Dafür spricht auch die Größe dieses Rücksetzers. Denkt dran, haben wir doch besprochen, in die blaue Kiste. Die blaue Kiste geht von 38. Unten hat das nicht ganz exakt jetzt getroffen oder ich, aber völlig unabhängig davon, wir sind Kilometer von der 38er entfernt. Im Gegenteil, wir sind eher an der 23,6er. Ich lasse die mal da blinken. Das heißt, das sieht sehr nach einer vierten Welle aus. Und bei der vierten Welle haben wir eine gute Chance, dass der Kurs da drüber geht, vielleicht auch deutlich drüber, aber eben nicht mehr automatisch die gleiche Länge von dem, was wir vorher hatten. Häufig ist diese Welle kürzer als die dritte Welle. Ja, also dessen, das müsst ihr im Hinterkopf haben. Statistisch gesehen ist, glaube ich, nur in 20 Prozent der Fällen diese länger. So, was ergibt sich jetzt daraus? Zwei Varianten. Variante 1 ist, und deshalb ist es so wichtig, dass wir das alles zusammen immer angucken, also wir uns alle zusammen das angucken, was wir jetzt angucken, nämlich den gesamten Zusammenhang. Und da sehen wir, im Moment gehen wir auf dem Weg nach oben. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt nur die fünfte Welle? Sprich, das Pandor zu dem, was wir da vorne haben. Hier jetzt als fünfte nochmal. Also sprich, noch ein bisschen weiter geht's. Und dann ist erst mal Pause angesagt. Muss ja nicht riesig sein, aber irgendwas in dieser Größenordnung oder sogar vielleicht größer. Aber zumindest erst mal eine größere Pause, die dann angesagt ist. So, die andere Alternative ist, ja, ja, wir sind zwar in der fünften, aber das ist erst der erste Teil der fünften. Und jetzt wird es wieder wichtig, wir erinnern uns, was DAO, S&P und NASDAQ gemacht haben, wenn hier jetzt eine Korrektur ist, in den mittleren Bereich wieder rein, das messen wir gleich nochmal gemeinsam, dann haben wir da wieder eine Chance, entweder mit einer Umkehrkerze oder an Zwischenhoch, dann nochmal zu sagen, Moment, von der fünften Welle ist das die erste, das die zweite. Diese Korrektur ist viel kleiner als die, also das ist eine interne. Und wir bekommen dann nochmal deutlich mehr nach oben, vielleicht sogar noch höher, aber zumindest erst mal das, was wir da haben, da hinten nochmal. Das heißt, wir haben jetzt eine schöne Übung gemacht mit dem S&P. Sorry, den wollte ich klicken. Jetzt warten wir im Prinzip, nachdem der Markt das hinbekommen hat, für den Fall, dass wir in Kürze tiefster Punkt bis höchster Punkt, im Moment ist es das, das kann aber sein, dass der später noch woanders liegt. Also das ist nicht sicher, dass das jetzt der höchste Punkt ist. In diesem Augenblick des Videos ja, aber bitte die Zeichnung anpassen, wenn ihr nach einer halben Stunde feststellt, dass der Kurs weitergelaufen ist, müsst ihr natürlich auf diesen Punkt messen. Ist ja klar. So, dann brauchen wir einen Rücksetzer, der ungefähr klassischerweise eben ungefähr in diesen Bereich reingeht. 38, 50, 61, 8. Aktuell beim Future sind das ungefähr 17.780, 17.720, so ungefähr die Range. Allerdings die Zahlen noch nicht so endgültig merken, nur dann, wenn das hier bei diesem Hoch hier bleibt, in diesem Bereich. Ja, geht der Kurs noch höher, dann wackeln natürlich auch die Marken noch nach oben. Das ist ja logisch. So, und dann muss diese Bewegung, diese ist einwellig nach oben, fünfwellig ist immer auch okay, dann muss diese Bewegung korrektiv sein. So zum Beispiel sah das aus in Amerika, wo die Gegenbewegungen überschneidend waren. Alternativ könnte es natürlich auch sein, dass es nur einfach eine, ich mach es mal hier unten drunter, eine ABC ist. Dann habt ihr hier ein Tief, dann habt ihr da ein Tief, dann habt ihr hier ein Zwischentief, Entschuldigung, Zwischenhoch als einen möglichen Long-Einstieg. Genauso wie wir es eben bei dem anderen Markt hatten. Oder wenn wir eben vielleicht im Bereich dieser Marken, ja, wenn es dann vielleicht hier sicherlich eine Zone durch diese Hochs und Tiefs noch. Also ich sag mal, vielleicht ist das vorrangige Ziel irgendwo hier, das sich dann aus diesen Zwischenhochs auch noch und den Fibonaccis bildet. Wenn dort dann eine Umkehrkerze sein sollte, vielleicht nicht im 5-Minuten-Chart, aber im Stunden-Chart, 30-Minuten-Chart, 4-Stunden-Chart, sowas in der Richtung, vielleicht auch 15-Minuten-Chart irgendwie. Dann wäre das eine Chance, sehr früh einzusteigen oder eben auf der Ebene hier. Vorsicht für den Fall, dass der Markt, nee, für den Fall, dass der Markt scharf nach unten geht. Und korrektiv nach oben ist, welche Richtung vorläuft die richtige, wenn er das triggert, die Fortsetzung dieser Bewegung, mindestens mal. Und so wie ich es hier gezeichnet habe, wäre das ja immer noch in Ordnung für, man soll halt hier wenden und nachher nach oben gehen oder ich steige dann hier ein. Aber nehmen wir mal an, diese ist länger hier noch und die Korrektur dann eben entsprechend insgesamt größer zu erwarten. Dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr vorher schon raus wollt, weil ihr sagt, Moment, Moment, das ist ja jetzt nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ihr habt also die Möglichkeit, für den Fall, dass es anders kommt, als wir uns das jetzt vorstellen oder erhoffen, frühzeitig zu erkennen, dass die Richtung falsch ist. Und ihr könnt dann sagen, dann gehe ich lieber raus oder ihr könnt dann sagen, das passt noch, ist es für meine Größenordnung völlig in Ordnung, weil ich bin eigentlich eher auf Tagesebene oder im Langfristchart unterwegs. Da tickt jeder ein bisschen anders. Die Index-Updates am Nachmittag sind ja eher eine Momentaufnahme für das kürzere Bild. Das größere Bild, das müssen wir tatsächlich in Kürze mal einen etwas außerordentlichen Beitrag vielleicht mal machen, wo wir die größeren Bilder nochmal gucken, wie es da denn eigentlich aussieht. So, aber für den internen oder Intraday-Bereich soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das eine generelle Hilfe ist bei euren Handelsentscheidungen. Das gilt natürlich für andere Märkte auch, auch wenn wir hier im Index-Update natürlich auf die Indizes fokussiert sind. Trotz alledem beim DAX vielleicht das Ganze noch bevorstehen, was wir bei den Amerikanern schon gesehen haben. Warten wir es ab. Jetzt wisst ihr, worauf ihr gucken könnt, wenn ihr es so ähnlich machen wollt, wie ich das mache. Euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.